Ah, hier wäre gar nicht schlecht, ne? Gibt es hier eine Überlappung zwischen Ohr und Gipsum? Das wäre natürlich gut. Jetzt habe ich das Tal verloren. Da. Das wäre natürlich ein schöner Landepunkt, weil wir wollen ja auch eine Tankstelle bauen. Guck mal, wenn wir sagen, hier so. Hier so wollen wir hin. Gipsum, also großes Plateau-Anhaltspunkt, dass wir hier landen, Ohr, Gipsum. Also Gipsum ist ein bisschen dünn, da muss man dann vielleicht auch wieder so ein Auto nehmen und mal rüberfahren und eine große Ladung holen, aber hier könnten wir uns versorgen und gleichzeitig Sprit herstellen. Jetzt gucken wir nochmal, wenn jetzt hier auch noch Carbonite ein bisschen vorhanden ist. Boah, Freunde, hier ist es, hier ist, hier ist die Antwort auf alles. Jawohl, Carbonite deckt sich natürlich nicht so gut. Aber Ohr und Carbonite ist an der gleichen Stelle. Und hier sind viele andere Sachen auch noch. Ja, das ist es, das ist die Antwort auf unsere Basisfrage. Wir können dann auch den Berg hier hochaseln. Also hier drinnen, so in der Ecke, werden wir unsere Basis hinbauen. Ganz dünne Spuren von, äh, Dings sind auch zu erkennen. Oh. Rare Metals. Okay. Ganz ehrlich, das, da fangen wir erstmal an. Da fangen wir erstmal an. Mal F5en. Norddrache, du guckst noch nicht so lange zu, oder? Lass es dir von den anderen Zuschauern gerne erklären, wie ich zu, äh, Quick-Saves stehe. So, jetzt brauche ich mal, äh, Scansert, Big Map. Mal gucken, ob ich die Stelle identifizieren kann. Der letzte Body ist Minmus, bitte. Und Ressource ist, in dem Fall, äh, ich gehe mal auf das Or los. Na gut, dann gehe ich mal auf das Carbonite los. Äh, ist jetzt hier irgendwie Ressourcen Overlay möglich. Toggle Resources, ja, sehr schön. Okay, jetzt muss ich nur noch die Stelle finden, wo... Oh Gott, kann irgendjemand mit dieser Karte arbeiten? Das ist ja fürchterlich. So, wie sieht das da nochmal aus? Äh, für Carbonite ist es so ein kleiner Fleck. Ja, super. Kann ich irgendwie auch mir einfach die... Map-Type... Ups, dankeschön. Geht das so? Wisst ihr was? Scheiß auf den Marker, ich fliege da einfach so hin. Das es mir zu anstrengt. Blöden Marker setzen. Boah, hier ist aber auch echt schön, ne? Winziges Gebiet versus riesiges Gebiet. Wie schnell dreht sich? Rotation Period. One day, five hours. Das ist eigentlich nicht lange. Kommt. Wir gucken mal, dass wir warten, dass der Part hier in die Sonne kommt. Das sieht nämlich echt gut aus, da. Wenn ich da eine schöne Landezone hätte... Ah, guck mal. In den Seen drin. In den Seen drin. Das ist natürlich... Richtig schick. Cut off. Ah, richtig gut. Komm, jetzt sagt er, dass da auch noch Gipsum ist. Verdammt. Ich wusste, dass da irgendeinen Haken haben muss. Gipsum ist da natürlich nicht. Aber wir können uns dann einen kleinen Transporter bauen, ehrlich gesagt. Hier ist halt richtig was geboten, ne? Ja, komm. Wir können einen kleinen Transporter machen. Auf Mittwoch ist das alles egal. Da fliegen wir mit einem kleinen Raumschiff hin und her und holen uns einfach mit einem Drill die Sachen. Das passt. Das passt. Aber hier ist halt eine echt hohe... Also primär geht es halt darum, dass wir hier Treibstoff herstellen wollen. Hier gibt es sowohl Carbonite als auch Ohr in echt hohen Konzentrationen. Meine Güte, ich habe das Ohr angeklickt. Gibt es noch irgendwo anders Ohr in solch hoher Konzentration? Nee, das ist die höchste Konzentration an Ohr. Okay. Wisst ihr was? Dann landen wir da. Und zwar jetzt. Gut. Hoppla. So. Und. so ungefähr müssen dann eh noch bremsen gut 52 sekunden für drei sekunden habe ich schon mein triebwerk auf zehn prozent runtergerillt ja youtube wir gehen los in richtung landezone für unseren rover mal gucken wie das so funktioniert oder ob das so funktioniert wie ich mir das gedacht habe bisschen näher ran noch für das manöver und feuer frei ja wie gesagt viel viel werden wir nicht brauchen dafür an delta faust jetzt gehen wir noch mal ein bisschen vorwärts dass wir hier sehen was passiert so und dann müssten auch schon gleich über das tal geflogen kommen wo wir landen wollen ach sag nicht da war ich schon mal ich glaube da war ich schon mal ne nicht ganz da hinten war ich okay na gut na gut da war ich also noch nicht so kann man sich irren sehr schön also wir haben direkten überflug dorthin dann sollten wir den auch nutzen indem wir hier nochmal ein neues manöver machen zack und bremsen wie die kaputten so ungefähr so 109 drastische delta v ach gott da ist noch immer ein triebwerk dazwischen ne echt fürchterlich echt fürchterlich so wir können schon mal hier die engines extenden dass wir bereit sind die zwischenstufe war auch völlig für die füße so etwas von sparen können also ich mache jetzt das manöver hier noch mit dem mit der stufe einfach weil es geht und wir uns das dann sparen und dann koppel ich uns direkt auf die box ab so beide können wir schon mal ausfahren für die box genau lieber zu viel als zu wenig ist ein durchaus valider einwand dem stimme ich soweit auch zu trotzdem ist es ein bisschen arg over committed aber naja egal hoffen wir dass der sky crane dann so funktioniert wie gedacht das wäre jetzt noch so die einzigste nummer die echt peinlich werden könnte wenn der nicht will aber eigentlich sollte da nicht viel passieren so höhe noch 5800 das sollte jetzt gleich ein bisschen steigen weil wir über diesen hubbel rüber kommen ja oder doch wir sinken doch schneller als gedacht so jetzt das korrektur manöver um unsere landestelle anzupeilen also unsere vertical velocity ist auch sage und schreibe 17 meter sinkend übrigens also wir kommen auch sehr langsam runter nur da ist auch schon unser schatten zu erkennen ja jetzt wird es mal spannend so eine kleine rover box zu landen und den rover da raus zu fahren zack aus so wo sind wir relativ gut mittig sehr schön ok dann hauen wir das jetzt hier weg ein kleinen tick zu früh demon aber vielen lieben dank an demon 1333 für die subscription und taktischer tipp fürs nächste mal direkt nach der landung machen kommt noch viel besser rüber aber vielen lieben dank für dein abo so weg damit das braucht keiner mehr fuck das gibt es nicht oder was ist hier los ich will das nicht ich möchte das nicht warum diese komischen dieses blöde stack ding und diesmal natürlich keine besatzung um das irgendwie korrigieren zu können das ist ja scheiße machen wir da jetzt wie kommen wir denn von da nach da unten das ist ja doof das ist ja total doof ja ich kann natürlich versuchen die impact tolerance zu überschreiten tatsächlich ich schreibe den anderen die kappler zuerst machen müssen den los geworden wäre ich brauche eh keiner vom manöver her so jetzt bremsen wir mal das hier noch ein bisschen weg dass wir keine große seitliche bewegung haben sondern wirklich sehr 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 senkrecht herunter kommen also ich denke mal mit so 20 metern pro sekunde das sollte reichen um uns den antrieb abzuschlagen aber uns wieder hoch zu katapultieren und nicht umzubringen so jetzt gehen wir einfach mal auf retro passen ein wenig auf dass das hier nicht zu viel wird so ich muss dann gleich einmal den skycrane anmachen weil wir werden das triebwerk als erstes verdienen ich vermute wir werden zwei dreimal aufditchen müssen bis wir das zeug wirklich los sind mal gucken soviel zur theorie den rest werden wir gleich sehen also wie gesagt 20 meter pro sekunde müssten eigentlich locker ausreichen um aufschlag zu erzeugen so jetzt haben wir hier genug aufgebaut was ist hier los? achso ich will halt nicht zu schnell werden aber schon schnell genug dass es weh tut oh gott so stumpfer gewalt ist ja überhaupt nicht mein ding ne hoffen wir dass es reicht okay jetzt einmal wieder nach oben Stück für Stück machen wir es jetzt kaputt so in der hoffnung so also 20 meter pro sekunde scheint eine gute wahl gewesen zu sein jetzt müssen wir kurz warten dass es uns wieder nach unten zieht dann rammen wir den treibstofftank als nächstes kaputt ja genau wie bei der nase wie bei der nase äh fuel ist voll hier oben also ich hab genug fuel um irgendwie scheinen die direkt miteinander verbunden zu sein so meine neue erfindung der space hüpfer ähm das äh nennt sich ist sogenanntes lito dekappeln da wird am planeten gedient kappelt oder am himmelskörper so schau mal ja eigentlich ja ganz gut neun meter zwölf meter ja wir kriegen gut geschwindigkeit nochmal drauf das passt das sollte reichen um uns auch davon zu befreien ja schön frontal aufsetzen gute 16 meter wow 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 nicht die kontrolle verlieren sehr schön okay sehr schön sehr schön sehr schön kurz mal warten wir müssen eh wieder höhe gewinnen okay es wird kritischer von den aufschlägen her wir haben jetzt ziemlich viel seitenbewegung die muss ich mal rausnehmen ich möchte noch ein bisschen nach oben okay jetzt haben wir wenig seitenbewegung das ist gut 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 also jetzt nochmal dritter aufschlag um das letzte stück da weg zu bekommen wenn das auch noch hinhaut dann sind wir landebereit nach drei lito stagings dieser äh ich äh könnte übrigens davon ausgehen dass dieser begriff jetzt schon patentrechtlich eingereicht worden ist so wir kommen wieder runter gedonnert mal gucken wir durchschlagen auf jeden fall deutlich die 10 meter und ich denke mal wir werden auch wieder auf die 15 16 meter pro sekunde kommen damit hoffen wir das reicht jetzt nur 100 meter schwung nehmen und 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 bitte 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 geh kaputt jawohl ah shit die antenne ist abgefallen aber war wohl nicht war wohl keine tragende antenne und der probe core scheint auch noch nicht wichtig gewesen zu sein da there goes my probe core also offensichtlich hing es an dem probe core dran muss ja wenn der jetzt weggetüdelt ist verrückt und hing am probe core na gut so jetzt landung noch mal 24er dings wir werden mal den trust limiter irgendwie auf was sinnvolles stellen so ganz langsam vorsichtig 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 und stopp hopp einen kleinen sprung aber den lassen wir jetzt absetzen und wir sind nach einigen schwierigkeiten offiziell auf minmus gelandet und können jetzt mal diesen blöden sky crane noch entsorgen ähm den braucht nämlich eigentlich keiner obwohl wir könnten den rover später ne wir können ihn nicht wieder andocken ich kann ihn nicht umziehen ich guck mal kurz ob wir die stelle gut getroffen haben ah hervorragend alles gut alles gut das heißt wir entsorgen jetzt noch den sky crane ach ne warte mal doch kann ich ich muss ihn nur vorher auf schub stellen warte mal aber das wird jetzt ein bisschen hässlich äh zack shit was los kein strom mehr doch srs disengage was will der von mir ne alles gut ok also 2 1 so wunderschön der sky crane entfernt sich langsam von uns und wird uns hoffentlich auch nicht auf den kopf fallen früher oder später ok ok da hätte man vielleicht ein bisschen mehr schub geben können muss man aber nicht schön also hat schon hat schon was wie soll ich das sagen hat schon optisch was schönes gut also unsere relay station steht auch das heißt theoretisch habe ich jetzt hier drüber relay zu körben das ist mein omni relay und mein probe core hat auch nochmal eine omni antenne das heißt ich müsste weit genug raus fahren können wenn ich mich abkoppel dass ich meine antenne aufklappen kann drückt man die daumen huch huch oh gott ok vielleicht ist die niedrige schwerkraft doch ein größeres problem als gedacht ehrlich gesagt kacke ok äh shit ne so war das nicht geplant und auch nicht dass meine komische box da oben so rumtüddelt aber ich habe eine idee pass mal auf wir warten mal kurz bis der sich hier beruhigt hat so wenn das so funktioniert dann kann das doch so bestimmt auch funktionieren warum funktioniert das nicht warum warum kippe ich auf der seite oben aber auf der nicht das finde ich nicht nett das ist ja jetzt doof ja doof trifft es ganz gut meine vermutung wäre ja dass man sich mit der antenne irgendwie hoch katapultieren kann aber irgendwie sieht das die antenne nicht so Mist bis hier hin ganz gut aber wir haben einen rover ausgesetzt wartet mal vielleicht läuft unsere mission da stand nichts das er fahren muss vessel type rover das müssen wir jetzt noch einstellen zack rename vessel rover accept wir surveillen mal ein bisschen um den auftrag zu erfüllen es gab da kleinere kleinere Schwierigkeiten sage ich jetzt mal aber so im Großen und Ganzen ist das natürlich super äh ja ja survey survey all the things komisch dass der nicht ah ärgerlich was macht der eigentlich warum rollt der hier so blöd in der Gegend rum kann der nicht einfach mal liegen wie er sich weg robbt wo ist eigentlich mein der kommt auch nicht mehr runter die box Hilfe meine box schwebt weg wie dinge halt in niedriger Schwerkraft plötzlich ganz anders aussehen ganz ganz anders total verrückt ich glaube ich musste einfach mal einen körbonauten vorbeischicken der den rover auf die räder stellt stellt sich jetzt natürlich die frage die box schwebt langsam davon und chain und muhame toyun oh gott muhame toyun ich weiß nicht wie man das aussprechen soll ich sag mal muh chain und muhame vielen lieben dank für euer follow willkommen bei den körbonauten und viel spaß beim zugucken und wo ist die katze ich weiß es nicht ich hoffe sie war nicht an bord dieses containers weil ich habe so das gefühl der wird jetzt auf sehr lang auf die überaus langsame art und weise in eine körbonumlaufbahn eintreten und hier ist auch dieser was ist hier eigentlich los dieser sky crane hat mittlerweile auf angriffsfahrt gewechselt und zielt jetzt nach unten maximale maximale schwachsinnsnummer gut aber wir haben jetzt gleich unseren auftrag erledigt seht ihr vielleicht nicht schön vielleicht auch nicht perfekt aber vielleicht gut genug um irgendjemanden damit zu begeistern und dann können wir mal gucken was das für ein Folgeauftrag gibt und den rover werden wir irgendwann mal mit einer bemannten mission auf seine räder stellen um zu gucken wie es aussieht so erste prognosen werden da gepostet werden wir mal sehen wie es dann wirklich ausgeht ich werde jetzt mal einmal in die missions reingucken was es gibt und dann gucken wir einmal ganz kurz zur moonbase bravo wie es dann mit dem essen aussieht so wir haben gescannt base creation und minmus wir dürfen eine basis auf minmus bauen und eine minmus space station ich würde sagen ich nehme sie beide die machen nämlich beide bock also wir nehmen auf jeden fall die basis an was wackelt hier immer her hin und her so und wir nehmen auch die minmus space station an was passiert hier minmus space station und gucken uns später an was das genau bedeutet was wir jetzt angenommen haben und jetzt geht es noch einmal zu moonbase bravo bevor wir für heute den dienst erstmal einstellen und wie gesagt ich werde später nochmal im discord vorbeischneiden auf jeden fall ein status geben ob es heute abend einen stream geben wird oder nicht ich glaube es wird bei der take on master idee bleiben und alle die da mehr oder tieferes interesse noch dran haben kommt einfach im discord vorbei ausrufezeichen discord um euch um euch den link geben zu lassen und dann schauen wir mal so jetzt großer trommelwirbel wie gut ist unsere lebensmittelproduktion aufgestellt ich hoffe natürlich gigantisch ich hoffe alle haben fleißig die toilette benutzt denn mulch ist es der an dem es uns mangelt mulch 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 so diesmal glüht auch nichts das ist schon mal gut und der reaktor läuft auch noch das ist auch gut so was haben wir hier scout memos for suitable locations science data from surface stimmt die haben wir aus versehen noch mit erledigt und wir haben jetzt hier tatsächlich 114 tage also es wird immer mehr es funktioniert also selbst da trotz der niedrigen mulch rate mit der die körbels produzieren produzieren wir ausreichend supplies um alle glücklich zu halten und zwar scheinbar so viel dass unsere supply tanks komplett voll sind das heißt hier sieht es gut aus wir brauchen uns um die moonbase bravo also keine sorgen machen und ich würde auch mal sagen mit diesem wunderschönen bild unserer fast schon perfekten moonbase wie sieht die gut aus aus welcher richtung sieht sie richtig gut aus ich glaube das ist ihre schokoladen seite würde ich mal sagen beenden wir das ganze für heute auch ich werde mich jetzt schon mal ausblenden einfach um euch nochmal ein schönes bild zu geben und sagt dann auf jeden fall schon mal vielen lieben dank fürs zuschauen ich hoffe ihr hattet einen unterhaltsamen sonntagnachmittag und wir werden uns vielleicht heute abend nochmal sehen für einen weiteren stream da melde ich mich aber im discord zu in diesem sinne sage ich vielen lieben dank fürs zuschauen mein name ist robert und tschüss tschüss